Musik Hallo hier Leute, willkommen heute bei Schnitzemann HD zu einer Skyrim Mod Vorstellung. Ich sage das so, weil es ist die allererste Mod Vorstellung. Ja, ihr wisst es jetzt. Vielleicht auch nicht, vielleicht checkt ihr es erst am Ende des Videos. Ist egal, Hauptsache ihr guckt es. So, dieses Mal geht es um die Buzz Cannons. Das ist der erste Teil der Buzz Cannons. Insgesamt stelle ich euch heute 11 Buzz Cannons vor. Und ich sage das Wort Buzz Cannons, sehr oft Buzz Cannons, ja. Und wollt ihr weitere Mod Vorstellungen sehen, schreibt es in die Comments, welche über Skyrim. Ich weiß nicht, ob ich das auch über Minecraft machen werde. Ist ja, noch nicht raus. Ich werde es vielleicht machen, ich werde es euch alles zeigen mit dem Mod und so. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Bewertet das Video, abonniert uns. Erstmal noch vielen Dank an über 300 Abonnenten. Das ging echt schnell. Auch nach langer Pause, nachdem mein Laptop kaputt war und ich neu kaufen musste. Ja, egal. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und haut raus. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Annihilate 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 Untertitelung. BR 2018 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 ARROW IN THE MEAN 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020